Hey Leute, hier ist wieder euer RottenBuddyCopsLP und ich let's playe für euch heute das Spiel Retard Z. Ja, jetzt sind wir hier in irgendeinem Wald gespawnt. Das ist übrigens ein Multiplayer-Spiel, deswegen schaute ich mal eben per Voice-Chat, dass ich friendly bin. Friendly! Anyone wanna team up? Ja, hier ist Hammerkiller12. Ich bin auch friendly. Ich hab ganz viele Waffen über. Kannst ruhig eine abhaben. Ja, ist ja nett vom Hammerkiller12. Dann gehen wir direkt mal hin. Hey, hast du gerade gerufen? Oh, scheiße. Du siehst ja genau so aus wie ich. Ja, es gibt nicht so viele Player-Skins. Es gibt nur einen auswählbaren Mädchencharakter im Spiel. Oh, du hast gesagt, du hast Waffen für mich? Ja, hab ich. Hier drinnen. Trololol. Oh Gott, der Hammerkiller für mich mit dem Hammerkill. Wie hätte ich das denn ahnen sollen? Scheiße, meine Ausdauer ist niedrig. Ich brauch unbedingt was zu essen. Aha, da liegt ja was. Das werde ich gleich einsammeln. Was war das? Oh nein, noch ein anderer Spieler. Scheiße, er hat mich gesehen. Ich hab ne Taschenlampe und ich werde sie benutzen. Scheiße, er sieht mich immer noch. Aber ich will diese dos. Hey, Mann, ich will das aufheben. Scheiß Steuerung. Nein. Scheiße, wie hebt man Sachen auf? Scheiße. Scheiße, ich krieg das nicht aufgehoben. Scheiße. Hey, komm, kann ich bitte eine Dose abhaben? Ich bin friendly. Ich hab keine Munition mehr. Ich bin friendly. Verzieh dich. Hey, warte auf mich. Nein, ich bin in der Baumtextur verpackt. Scheiße, wie springt man nochmal? Oh, Schluss mit friendly. Ich brauch jetzt auch Waffen. Ich guck mal eben auf die Map. Ah ja, da ist Military Loot. Da spawnen entweder Kleidungsstücke oder Waffen. Haha. Oh, da waren ja nur Hüte drin. Langsam reicht's mir hier, ey. OMFG. OMFG. Da liegt ne Waffe. OMFG. Geil. Ne Waffe. Jetzt kann mich keiner mehr besiegen. Player dead. Nein. Noob. Lolololol. Nein. Nein, meine Waffe. Nein. Nein.